Freunde, kannst du heute flühen? Boah, kannst du wie nur meine Freunde? Fleezy gibt einfach nicht auf, er will einfach Jesus bei Maskulin sein. Verdammt nochmal, Fleezy hört doch gar nicht mal auf mit der Scheiße. Jesus wird einfach sich nie verlassen, das ist ein Team, man. Er hat mit denen angefangen, als er arme, er ist mit denen geblieben, bis sie reich waren, man. Ich glaub, den wirst du nicht trennen können. Auch wenn der Jesus vom Rap-Stil gefällt und ihn gerne sein willst. Nee, man kann nicht alles haben, komm mal klar, man. Glaubst du, Bones und Jesus verlassen, werden sich trennen als Freundschaft, und nur, dass du bei Maskulin kommst, Digga, kannst du vergessen, man. Und wenn der Old Star ist, heißt sie ein paar 2022 rauskommen, bist du am Ende, man. Hoffentlich dissen sie sich dann mal ein bisschen, dass du mal wieder in deine Schranken kommst, man. Komm doch mal klar, Digga. Du sagst, sie sind verpeilt viele auf Drogen und bei denen ist es vorbei. Bei denen läuft doch viel mehr als bei dir mal, also übertreib doch die Lage nicht. Du kannst doch stattdessen, du hast ein gutes CCN rausgebracht. Aber mach doch nicht wieder diese Wahrsager-Scheiße. Das wird dich, das stempelt dich als Spinner ab. Du musst doch auch mal in deinem Image stecken, Mr. Flizzy, ja. Okay, meine Freunde, das ist fast wie ein Flügel. Boah, aber bitte gleich nicht vergessen, meine Freunde, bis zum nächsten Mal, meine Freunde.